Jo Leute, herzlich willkommen zu so einem Video. Ihr habt schon den Titel gesehen, Standardskill Skybase Parodie. Man könnte auf einer Seite sagen, dass das Clickbait ist, aber auf der anderen Seite enthält dieses Video wirklich eine Skybase Parodie, oder besser gesagt ein Remake davon. Aber was ich noch dazu sagen muss, ich hab da nicht selber gesungen, ich hab tausend Versuche gemacht hier, aber mit dem Equipment, was ich hier noch habe, würde sich das einfach so anhören. Und das wollte ich natürlich nicht. Und deswegen hab ich jetzt einfach Standardskill sein Gesang drauf gemacht und hab aber natürlich meine Clips verwendet, damit auch ein bisschen was von mir da ist. Eigentlich war der Plan, dass ich selber dazu singe und ein komplettes Video davon mache. Also, dass ich den kompletten Song da halt singe. Hab da extra auch schon den Beat für erstellt und alles sowas, weil ich im Internet keine Karaoke-Version gefunden habe, also muss ich das alles selber erstellen. Hab ich auch gemacht. Und dann kam halt das Problem mit dem Singen. Es hat sich Rotzahn gehört. Und deswegen hab ich das jetzt auf diese Art gemacht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Das Video kriegt locker eh wieder 60 Daumen nach unten, wie immer. Und ich würd sagen, wir gehen jetzt mal in mein Schnittprogramm rüber. Und hier ist jetzt schon das Video. Moment, ich geh jetzt mal ganz genau an den Anfang. Und wir gucken uns schon mal den Anfang an. Noch einmal vor die Clasy, dann ist das aus mit uns. Das Update ist da, es raubt mir den Schlaf. So, das ist jetzt schon der Anfang davon. Allzu viel will ich davon jetzt noch nicht zeigen, weil ich will euch das noch im Großen und Ganzen gleich vorspielen. Ich hab hier auf jeden Fall meine Clips genommen und hab von Fortnite noch ein paar abgefilmt. Und hab die da mit reingeschnitten. Hier, genau. Und hab da sogar richtig eine Skybase auch gebaut in dem Clip. Und hier ist der Original-Track von Standardskill. Ist unten natürlich in der Beschreibung verlinkt. Also ich werd hier nichts klauen, obwohl ich das hier gerade schon gemacht hab. Aber er ist natürlich verlinkt. Und ich sag hier auch offen und ehrlich, dass es, naja, das hört man natürlich auch, dass es von Standardskill ist, ich Idiot. So, habt ihr da einfach noch Texte drauf gemacht. Hier so wie Luki-Film, so wie sie dahin geschrieben haben. A Tom Murray-Film. Oder wie es auch immer ausgesprochen wird, weiß ich auch noch nicht. Und dann halt hier Standardskill, Skybase-Song, Parodie, Slash-Remake. Und jetzt ist, glaub ich, die Spannung am größten. Und ich würd sagen, Ich blende euch jetzt mal einen kompletten Clip. Spaß. Noch einmal vor die Clazy, dann ist das aus mit uns. Das Update ist da, es raubt mir den Schlaf. Ohne Fortnite komm ich gar nicht mehr klar. Und es ist mir egal, was ihr darüber sagt. Bauen die Skybase bis hoch in die Charts. Wir bauen die Skybase. Bis hoch in die Charts. Auf dem Weg hier kommt Standardskill. Wir bauen die Skybase. Bis hoch in die Charts, sein mit Fortnite dabei. Wir bauen die Skybase, im Himmel, es gefällt mir hier. Wir bauen die Skybase, bis über die Wolken hier. Wir bauen die Skybase, im Himmel, es gefällt dir hier. Wir bauen die Skybase, bis über die Wolken hier. Es gibt viele, die es hassen und doch leider meine Eltern. Ein Tag ohne Fortnite, unvorstellbar. Ich lege Geld beiseite, doch benehm ich wie ein Kind. Denn ich verprasse die Kohle für einen legendären Skin. Wollen wir fragen, ob ich Zeit hab? Ich sage sofort, nein. Digga, ich zock Fortnite. Streamen live jetzt, mache nochmal Mic-Check. Ich grüße Vive HD, Mr. Gamer, Pros und I-Crymax. Lade meinen Controller, setz mich in den Bus mit Cetaline. Lande in Tomato Town und schieß auf meine Enemies. Ich brauche ne krasse Waffe, ich bin voll der Soldat. Jackpot, erste Kiste, Gold in der Scar. Als Dankeschön, ein Song für euch schon, der klingt dope. Meine Freunde nerven, doch ich gehe nicht ans Phone. Zu viel Skinstick. So, Leute, das waren jetzt eine Minute und 28 Sekunden purer Quinge, Leute. Totale Verwirrung habe ich damit jetzt ausgelöst. Und ich weiß, ich bin ein totaler Idiot, weil ich Standardskills Original Sound darin gekloppt habe. Aber es interessiert mich nicht. Doch, eigentlich schon, aber ey, was soll ich machen? Ich kann nicht mehr singen. Ne, Leute, aber irgendwann werde ich das nochmal hinkriegen, dass ich nochmal einen geilen Track für euch raushaue. Irgendeine Parodie oder was. Und ja, würde ich sagen, das war es jetzt mit meinem kleinen Video. Dienstag und Mittwoch, also gestern, kam kein Video. Und zwar aus dem Grund, ich brauchte einfach auch mal wieder ein bisschen Zeit für mich. Ich hatte auch andere Sachen zu tun. Schulische Dinge oder einfach mal private Dinge, zum Beispiel mit Freunden treffen. Oder einfach hier zu Hause mal ein bisschen was machen. Oder einfach mal alleine unterwegs sein, ohne dass ich mit der Kamera hinterher renne und alles dokumentiere. Dafür habe ich mir zwar damals meinen Kanal erstellt, um euch meinen Tag zu dokumentieren. Aber irgendwann will ich auch mal wieder so einen privaten Tag für mich haben. Und manchmal hat man ja natürlich auch keine Lust und keine Motivation und keine Ideen, was man machen könnte. Und deswegen musste das Video jetzt in den letzten zwei Tagen ausfallen. Aber heute hatte ich einfach mal wieder Zeit und Lust und dachte mir, komm, mach es mal wieder was. Und das war jetzt das Endergebnis davon. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.